Eine Frage, die mir manchmal gestellt wird, lautet, was die Einstellung Droop, also Motordrückung, bei den E23 und E18 getrieben bewirkt. In diesem Video schauen wir uns den Zweck der Einstellung Droop an. Dabei handelt es sich um den Betrag, um den der Motor gedrückt werden darf, wenn der Traktor bei Volllast fährt, bevor er herunterschaltet, um ein übermäßiges Drücken oder Abwürgen des Motors zu verhindern. Oben auf der Seite Custom Settings für benutzerdefinierte Einstellungen können Sie erkennen, dass es zwei Droop-Einstellungen gibt. Eine für eingeschaltete Zapfwelle, PTO-ON, und eine für ausgeschaltete Zapfwelle, PTO-OFF. Die Einstellungen sind in Prozent angegeben, statt mit einer bestimmten Motordrehzahl. Der Grund dafür ist, dass die Einstellung Droop für Motordrückung auf der maximal zulässigen Motordrehzahl basiert. Zum Beispiel habe ich eine Droop-Einstellung mit ausgeschalteter Zapfwelle, PTO-OFF, von 20%. Wenn die Geschwindigkeitsautomatik Field Cruise ausgeschaltet ist, beträgt die Einstellung Droop 20% von 2100 bzw. etwa 420 Umdrehungen pro Minute. Das bedeutet, dass der Motor des Traktors unter Volllast um etwa 420 Umdrehungen pro Minute gedrückt wird, bevor er beginnt herunterzuschalten. Wenn die Geschwindigkeitsautomatik Field Cruise mit einer Einstellung von 1800 Umdrehungen pro Minute eingeschaltet ist, beträgt die Einstellung Droop jetzt 20% von 1800 bzw. etwa 360 Umdrehungen pro Minute, bevor der Traktor mit dem Herunterschalten beginnt. Das Getriebe kann die Schaltpunkte durch die Prozentur aller Einstellungen automatisch neu berechnen, wenn die maximale Motordrehzahl verstellt wird. Diese Grafik zeigt das Verhältnis zwischen Motordrehzahl, Radgeschwindigkeit und Last. Sie benutzt ebenmäßige Linien, um unsere Darstellung besser zu zeigen, aber tatsächlich würden diese Linien, da die E18 und E23 Getriebe immer noch Schaltgetriebe sind, eher wie Treppenstufen aussehen. Aus diesem Grund überwacht der Traktor Veränderungen der tatsächlichen Motordrehzahl, aufgrund sich ändernder Lasten und des Zeitraums, wie lange diese Änderungen bestehen bleiben, bevor er sich entscheidet zu schalten und die Motordrehzahl anzupassen. Der Gedanke dahinter ist, so oft wie möglich die Effizienz und eine konstante Fahrgeschwindigkeit beizubehalten. Beginnend links mit einer leichten Last schaltet der Traktor hoch und nimmt Gas zurück, um eine geringe Motordrehzahl zu erreichen, während eine konstante Radgeschwindigkeit beibehalten wird. Wenn die Last auf den Traktor steigt, gleicht der Traktor dies aus, indem er die Motordrehzahl durch Herunterschalten des Getriebes erhöht, während gleichzeitig die konstante vorgegebene Radgeschwindigkeit beibehalten wird. Mit weiter steigender Last schalten Motor und Getriebe weiter herunter und die Motordrehzahl steigt, bis der Motor die maximale Motordrehzahl erreicht. Ab diesem Punkt, wenn die Last immer weiter ansteigt, bleibt der Motor auf die maximale Drehzahl eingestellt. Die tatsächliche Motordrehzahl wird jedoch verringert, da sie von der Last gedrückt wird. Das Getriebe schaltet nicht mehr herunter, was bedeutet, dass wir auch an Radgeschwindigkeit verlieren. Wenn der Motor auf die Droop-Einstellung gedrückt wird, beginnt das Getriebe herunterzuschalten und Fahrgeschwindigkeit zu opfern, um sicherzustellen, dass die Motordrehzahl konstant bleibt und sich nicht weiter verringert. Abschließend sollten Sie daran denken, dass es sich bei der Droop-Einstellung um den Betrag handelt, um den der Motor gedrückt werden darf, wenn der Traktor bei Vorlast fährt, bevor er herunterschaltet, um ein übermäßiges Drücken oder ein Abwürgen des Motors zu verhindern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017